Was ist psychischer Stress? Psychologischer Stress ist eine Belastung des Immateriellen Selbst, verursacht durch Anpassungs-, Wahrnehmungs- und Emotionsprobleme. Während diese Form von Stress durch äußere Ereignisse ausgelöst werden kann, ist die Quelle des Stress intern, innerhalb der Psyche und im Zusammenhang mit den internen Reaktionen einer Person auf physische oder atmosphärische Reize. Anfälle von psychologischem Stress können lang- oder kurzfristig sein, abhängig davon, wie weit die Auslöseereignisse beabstandet sind oder wenn sich Stressereignisse ohne Lösung ansammeln. Das Stressniveau wird auch von der Empfindlichkeit und den Bewältigungsfähigkeiten des Individuums sowie der subjektiven Wahrnehmung, wie traumatisch ein Ereignis sein kann, beeinflusst. Ereignisse, die zu psychischem Stress führen können, sind Ereignisse, die außerhalb der persönlichen Kontrolle zu liegen scheinen, eine inhärente Bedrohung für das Wohlbefinden bedeuten, soziale Verbundbarkeit erzeugen oder die Routinen des täglichen Lebens chronisch stören. Der Tod von Familienmitgliedern oder Freunden, der Verlust von Arbeitsplätzen, das Überleben eine Naturkatastrophe und das Ende einer Beziehung sind Lebensereignisse, die die Psyche von Erwachsenen belasten können. Für Kinder oder Jugendliche können Ereignisse wie Umzug, Schulversagen und Mobbing psychischen Stress auslösen. Das allgemeine Gefühl der Isolation, mangelnde Unterstützung und ständige Konflikte oder Reibung sind typische Kontexte für Stress unter allen Altersgruppen, zeigt eine Studie. Sexuelle Probleme, finanzielle Probleme und Missbrauch, ob emotional oder physisch, sind andere typische Ursachen für psychischen Stress? Es gibt viele negative körperliche, verhaltensmäßige und emotionale Nebenwirkungen von psychischem Stress, einschließlich Schlaflosigkeit, Krankheiten, Blutdruckdruck und sozialen oder emotionalen Störungen. Zu den körperlichen Gesundheitszuständen, die häufig mit längeren psychischen Belastungen verbunden sind, gehören ein unterdrücktes Immunsystem, regelmäßige Erkältungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Asthma und ein unausgeglichenes endokrinisches System. Latente Infektionen wie Herpes werden durch psychischen Stress verschlimmert. Zu den emotionalen Auswirkungen auf die Gesundheit zählen Depression, Feindseligkeit und ein geringes Selbstwertgefühl. Destruktive Verhaltensgewohnheiten, die sich während psychischer Stressphasen entwickeln können, sind über Essen, Rauchen und Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Die Dauer der psychischen Belastung bestimmt das Ausmaß dieser Nebenwirkungen. Vorübergehender Stress, der durch Ereignisse verursacht wird, deren Auswirkungen weniger als einen Monat betragen, führt wahrscheinlich nicht zu extremen Nebenwirkungen. Akuter und chronischer Stress, der mehrere Monate oder Jahre andauert, birgt das größte Risiko für körperliche, emotionale und verhaltensbedingte Nebenwirkungen. Beratung durch Psychologen oder Psychiater und Medikamente gehören zu den Behandlungsmöglichkeiten. Ein Psychologe bewertet den Stress auf die Psyche im Allgemeinen durch eine Reihe von Tests und Interviews, die die Bewertung des Stressniveaus anhand einer Checkliste oder einer professionellen Skala, wie ZB der Stressabreisalmiasure oder der Perzavit Stresskill, vornehmen. Therapeuten vermitteln auch Bewältigungsstrategien und verbinden Patienten mit Unterstützungsgruppen der Gemeinschaft.